Und da sind wir wieder, 102. Nachtzug nach Hamburg. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, heute tatsächlich wieder in Hamburg. Ja, die Welt ist schon verrückt, ne? Mittwoch noch in Damaskus, Donnerstag in Amsterdam. Freitag in Eindhoven und Freitagnachmittag in Hamburg. Allerdings nur für eine Nacht, denn morgen geht es schon wieder zum Klassentreffen Richtung Süden. Aber darüber werde ich euch dann morgen separat ein paar Gedanken äußern, sodass ich das heute gar nicht groß zum Thema machen möchte. Ja, schön wieder in Hamburg zu sein. Muss ich sagen, es ist wunderbar in der Welt unterwegs, aber es geht nichts darüber, wieder in Hamburg zu sein. Man kommt dann so in die Stadt zurück, sieht die Gebäude, ruft die Freunde an, sagt, du, heute Abend geht es leider noch nicht. Ich will euch unbedingt morgen zum Frühstück treffen, aber heute Abend geht es nicht. Ich bin viel zu K.O., was auch kein Wunder ist. Ja, ich bin ja Mittwochnacht wieder reingekommen, dann nach Hamburg gefahren, von Frankfurt aus und dann am Donnerstag schon wieder nach Amsterdam weiter geflogen. Ja, und jetzt wieder zurück. Ja, und jetzt bin ich hier. Zurück aus dem Land der Staus, zurück aus dem Land der Tulpen und der falschen Rundumleuchten. Allerdings auch der sehr, sehr netten Menschen. Und ihr wisst gar nicht, welchen Stellenwert Deutschland eigentlich in der Welt hat. Alle sind immer nur am Rumjammern und sind sich der Stärken unseres Landes nicht wirklich bewusst. Außer denen, die schon immer stolz waren, Deutsche zu sein, aber von denen rede ich jetzt nicht. Sondern von den ganz normalen Bürgern, die denken, okay, wir haben BMW, wir haben Mercedes und so weiter. Aber es sind die kleinen Dinge, die im Ausland wichtig sind. Ja, die Ausländer, die so einfach nach Deutschland gucken, denen fallen ganz andere Sachen auf. In Damaskus, da haben mir wildfremde Leute auf der Straße erzählt, nachdem sie erst gefragt haben, wo ich herkomme. Und gesagt habe, ja, aus Deutschland. Ja, Bayern München ist toll. Da dachte ich, okay, das ist vielleicht sehr subjektiv für jemanden, der in Deutschland lebt, aber eigentlich ein Ereignis, oder? Dass am Ende der Welt, wo man denkt, dass die Leute gar keine Beziehung zu Deutschland haben, einfach Bayern München bekannt ist. Hat mich echt umgeworfen. Oder dass einem wildfremde Leute sagen, was, du kommst aus Deutschland? Oh, das ist ein tolles Land. Und da haben wir schon so viel von gehört. Und wenn im Fernsehen was über Deutschland kommt, dann verfolgen wir das. Ja, ich weiß nicht, wie viele Leute das in Deutschland wegen Syrien tun. Vielleicht gibt es auch andere Gründe, das nicht zu tun. Aber hat mich echt umgehauen. Aber das allerbeste ist, was Holländer exemplarisch an Deutschland schätzen. Ich kenne ja jetzt nicht alle Holländer. Aber ich habe heute einen getroffen, der mir allen Ernstes sagte, er fährt gerne nach Deutschland, weil er da die Schokolade beim Aldi kauft. Ich selber habe noch nie Schokolade vom Aldi gegessen, aber das hat jetzt keine Vorurteilsgründe, sondern einfach, ich kaufe selten bei Aldi ein. Von daher, es ist keiner hier bei mir in der Nähe. Also das ist der eigentliche Grund. Aber die Schokolade vom Aldi wäre so toll. Deswegen lohnt es sich schon, unter anderem auch nach Deutschland zu fahren. Aber das allerbeste, er war lange auf der Suche nach einer Eckbank. Ja, kennt ihr diese spießigen Eckbänke? Also ich halte die für spießig. Hatten wir früher auch, meine Eltern hatten sowas in der Küche. Ich fand die Dinger potthässlich und habe mir immer gedacht, wenn ich mal eine eigene Wohnung habe, dann gibt es in der Küche keine Eckbank. Gibt es auch nicht. Definitiv nicht. Aber es gibt Leute, die finden diese German Gemütlichkeit, möchte ich es fast mal wieder nennen, so toll, dass die zu Hause eine Eckbank haben wollen. Und stellt euch vor, sie leben in Holland und da gibt es keine Eckbänke. Die kriegen die da einfach nicht. Und die fahren dann nach Deutschland, leihen sich noch einen Wagen aus, damit sie diese Eckbank dann auch nach Holland zurückkriegen. Ich fand das so sensationell, dass ich das euch heute unbedingt erzählen muss. Also, wir wohnen in einem Land, welches durchaus Werte hat, die in aller Welt geschätzt werden. Ob es unsere Fußballmannschaft ist oder eine unserer Fußballmannschaften. Ob es auch unser Kanzler ist, der ja im Ausland auch ganz gut ankam. Zumindest mit seiner Anti-Kriegshaltung beim Irak-Krieg. Man weiß ja nicht, was passiert wäre, wenn Frau Merkel da Kanzlerin geworden wäre. Ich fürchte fast Schlimmes. Aber unter anderem sind es auch unsere Eckbänke und die Schokolade vom Aldi. Neue Perspektiven aus dem Land der Tulpen und der Hohen Deiche. Ich habe mich sehr wohl gefühlt da in Holland. Bin demnächst wieder da beruflich. Und werde euch dann die neuesten Erkenntnisse von der Hollandfront melden. So, jetzt habe ich ganz vergessen, dass ich auch Durst habe. Ich habe ja noch so viel Fanta von meinem Geburtstag übrig. Das werde ich jetzt aber nachholen und dann mal zeitlich ins Bett gehen. Denn ich habe morgen wieder eine 550 Kilometer lange Reise vor mir. Ich freue mich wie immer über Feedback an nachtzug-at-email.de. Danke euch für den Speicherplatz auf euren iPod-Festplatten, den ihr meinem Podcast gegönnt habt. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Euer Raiko. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is Was Don. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Don mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.